Gibt es etwas, eine Aussage über Geschichte, die dich besonders wütend macht? Eine Aussage über Geschichte, die mich wütend macht? Ja, wo du dich ärgerst, weil es falsch ist. Jetzt so direkt fällt mir spontan gerade nichts ein. Aber ich habe eine Vermutung, was dich wütend macht. Es gibt ein paar Dinge, die mich wütend machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flurfunk-Geschichte mit Zollweig und Daniel. Und wenn ich das richtig vermute, dann wird es heute um Zollweigs Herzensthema. Ich weiß nicht, ob es das Lieblingsthema ist, aber ich glaube, es ist dein Herzensthema. Und es könnte wieder zu Kraftausdrücken kommen, wenn ich das richtig einschätze. Denn es geht um das finstere Mittelalter. Sie reagiert da nicht drauf. Sie hat damit gerechnet. Ja, weil ich weiß, dass das kommt, dass du sowas sagst, weil du Freude daran hast. Ja, Freude daran, ja, weil du bist ja schon abgehärtet. Da bin ich tatsächlich abgehärtet. Weil ich glaube, du hast das Gefühl, dein Mittelalter wird nicht so gewürdigt, wie du es siehst. Wie ich es sehe, wie es auch andere sehen. Aber es geht ja jetzt hier um deine Sicht. Es geht um mein Mittelalter und meine Sicht. Nein, tatsächlich zum Einstieg, um das beziehungsweise ein bisschen zu erklären, wo wir gerade herkommen. Es gibt tatsächlich so ein paar Aussagen, hatte ich mit Daniel vorhin schon gesprochen, bevor das Mikrofon angeschaltet war. Dass es dann doch immer so ein paar Sätze, Formulierungen gibt, die Menschen äußern, die sich für Geschichte interessieren, aber eher zumindest aus einer akademischen Sicht zum Laienpublikum gehören. Das ist jetzt gar nicht mal abschätzend und abwertend gemeint. Es sind einfach eben Menschen, die Geschichte interessant finden, die sich für Geschichte interessieren, die historische Bücher lesen, aber es eben nicht studiert haben. Und jetzt guckst du mich schon so böse an. Naja, also ich, ich habe das nicht studiert. Ja, aber du hast... Ich habe jedenfalls keine Ahnung vom Mittelalter. Ja gut, das ist nochmal was anderes. Aber worum es mir geht, dass man eben von diesen Leuten, wenn man sich mit denen unterhält, was ja auch häufig passiert und auch immer Spaß macht und interessant ist, dass man dann aber häufig so die Sätze hört oder Aussagen hört vom finsteren Mittelalter oder auch den Ausdruck, ja die Menschen im Mittelalter, Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nochmal, dass ich an der Uni ein Referat halten durfte, es hat mir wirklich Spaß gemacht, über das Reich und den Kaiser. Und ich habe im ersten Satz, glaube ich, verwendet den Ausdruck Mittelalter und weiter kam ich nicht. Weil? Wurde sofort gestoppt vom Dozenten und das, ja was ist denn überhaupt Mittelalter? Und ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis er dann für uns erklärt hatte, was das Problematische sei am Mittelalter. Was ist denn bei dir das Mittelalter? Also das Mittelalter finde ich gar nicht so problematisch. Das kommt dann auch immer so fort, wenn man dann sagt, ja und im Mittelalter, ja definiere das Mittelalter, als ob das irgendwie so eine schwere Herausforderung sei. Sagen wir einfach irgendwie so 1100 bis 1300, was einen so gerade interessiert. Ja, was einen gerade so interessiert, aber eigentlich kann man das sehr leicht definieren. Mittelalter meint eben eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort. Und die Zeit ist definiert von 500 bis 1500 nach Christus. Und es ist der Raum meint, ja Mitteleuropa und vor allem Mitteleuropa, wo als Verwaltungssprache Latein verwendet worden ist. Und das weitestgehend... Das ist jetzt aber krass, habe ich so noch echt noch nie wahrgenommen. Also klar, so aus weltgeschichtlicher Perspektive ist in Amerika zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich kein Mittelalter. Die haben da irgendwie eine andere Geschichte erlebt als wir. Aber dass das jetzt so zentraleuropäisch fokussiert ist und Latein die Geschäftssprache sein muss. Aber das wäre dann, Portugal ist dann noch mit drin oder... Ja, also das ist halt... Kiewarus oder so? Die Kiewarus zählen eben nicht dazu. Die Kiewarus gehören eben, ja das kommt eben darauf an, es gibt natürlich die Osteuropa-Studien, die sich mit den Kiewarus beschäftigen. Und soweit ich weiß, auch die Byzantinistik beschäftigt sich mit dem Kiewarus. Aber die werden eben dann aus der Perspektive von Byzantinistik behandelt. Also wenn man sich dezidiert mit den Kiewarus beschäftigt, ist das eigentlich eher ein Thema der Osteuropa-Studien. Und das ist eben auch... Führt dann häufig auch zu Missverständnissen, wenn man eben sagt, ja man studiert Mittelalter. Und dann kommen Leute und meinen, wollen dann wissen, wie das Mittelalter in China war. Und blinzeln dann verwirrt, wenn man sagt, da gab es kein Mittelalter. Natürlich gab es China in der Zeit des Mittelalters, aber die haben eigene Epochen und die werden eben im Fach der Sinologie erforscht. Ja, nur China finde ich jetzt nicht überraschend. Das ist ja nur wirklich irgendwie ganz anders und der Kontakt ist auch eher spärlich in den Zeiträumen, also im Vergleich zu heute. Es ist tatsächlich mir schon passiert, dass jemand mir mit der quasi auf die Pistole, auf die Brust gesetzte Pistole meint, China. Und dann hängt sich, das ist nicht Mittelalter. Ja, aber selbst so Byzantz, also in Byzantz sozusagen müsste ich jetzt mehr in andere Begriffe suchen. Ja, also... Die haben kein Mittelalter. Natürlich, also das ist halt einfach jetzt, wir sind jetzt eben im akademischen Bereich. Und in Byzantz ist einfach die Quellensprache eine andere. Und da müssen wir unterscheiden. Also in Mitteleuropa sagen wir jetzt das Reich, also das Heilige Römische Reich, spätere Deutschland, Frankreich, England, Spanien dann später auch. Zumindest in den Gebieten, die eben christlich geprägt sind. In Italien ist es eben zum einen der christliche Glaube und Latein als Amtssprache und auch als Glaubenssprache, als Kirchensprache. Byzanz ist Griechisch. Die sprechen Griechisch und auch ihre Liturgiesprache ist Griechisch. Und deswegen wird hier getrennt eben in Byzantinistik, das ist ein eigenes Fach. Und dann eben mittelalterliche Geschichte ist Teil eben der Geschichtswissenschaft und das wird dann erforscht. Also man trennt hier zwischen den Sprachen. Und das ist eben wichtig, wenn wir eben vom Mittelalter sprechen, meinen wir eine Region. Da kann Polen dazugehören, da gehört Böhmen dazu, da gehört dann Ungarn später auch dazu. Wenn die dann endlich die Lateinvokabeln durchhaben. Aber es ist dann eben vor allem der Fokus in der Mediavistik liegt dann auf der Landesgeschichte. Also die Deutschen machen vor allem Reichsgeschichte, auch Italien noch dazu. Engländer beschäftigen sich dann auch gerne mal mit der englischen Geschichte, Franzosen mit der französischen Geschichte. Weil eben auch die später dann im Spätmittelalter kommen noch die sogenannten Volkssprachen. Das bedeutet, die Quellen sind nicht mehr in Latein verfasst, sondern dann in der Volkssprache. Also Deutsche schreiben Deutsch, Franzosen schreiben Französisch, Engländer schreiben Englisch. Und wenn man die Sprache beherrscht, kann man natürlich sich mit der Zeit beschäftigen, aber man muss dann eben das auch noch dazu lernen. Und deswegen, das ist so der Fokus der Mediavistik und des Mittelalters. Und deswegen ist es halt immer so schwierig, wenn Leute sagen, die Menschen im Mittelalter, weil wir hier von einer Zeit sprechen, die 1000 Jahre geht. Also diese Epoche geht eben von 500 bis 1500, wo wahnsinnig viel passiert. Und meint auch noch verschiedene Reiche. Also eben im Reich passieren andere Dinge. Das Reich funktioniert anders als das Königreich England, als das Königreich Frankreich. Spanien im Mittelalter, ich hatte eine Vorlesung zu Spanien im Mittelalter und mein Dozent fing an, ja irgendwie Spanien hat es im Mittelalter nicht gegeben. Natürlich hat es das Land gegeben, natürlich hat es Menschen gegeben, die dort gelebt haben, aber ein Königreich Spanien gab es nicht. Und da muss man sich dann eben mit diesen einzelnen Gebieten beschäftigen, die auf dem Boden des heutigen Spanien beschäftigt sind. Das ist ja wie im Reich, dass man da eben auch sagt, Deutschland im Mittelalter gibt es nicht, kann ich auch sagen. Das ist ein Zeitraum und es ist ein Raum. Ja. Und das ist eben ganz wichtig, dass man das im Kopf behält und das eben auch sich fokussiert. Okay, jetzt hast du die, du hast die Kategorien genannt für die räumliche Begrenzung, wäre Europa, Zentraleuropa, lateinisch dominiert. Christlich dominiert. Die zeitliche Begrenzung, christlich dominiert. Gut, das sind ja andere auch noch, also Byzanz wäre das ja auch. Ja, aber das sind ja orthodoxe, also. Die sind ja nicht echt, oder was? Nein, aber die sind, also sie sind tatsächlich getrennt. Also es gibt ja das Schisma 1052, wo die sich ja voneinander trennen. Und wo sie sagen, ihr seid was anderes als wir. Also im Lateinisch-Christlich. Ja, das ist genau das Lateinisch-Christliche. Bei der Zeit hast du gesagt, 500 bis 1500. Jetzt sagen wir da auch noch kurz, warum diese Zeit und nicht 400? Ja, also das wird mittlerweile eh auch heiß diskutiert und kommt dann immer darauf an, wie man fragt. Sind dann so Epochen auch teilweise persönlich gewählt. Diese Trennung ist auch schon eine Weile alt und ich glaube, das lag auch vor allem dran, weil man eine saubere Zahl haben wollte. 500, 1500 klingt ganz gut. Das hat damit zu tun... Das hat ja auch keiner sich hingestellt und gesagt, so Jungs, 1.1.1500, 12 Uhr nachts, machen wir Feuerwerk und dann Mittelalter. Ist vorbei. Nee, das hat natürlich mit der Entwicklung auch der Geschichtswissenschaft zu tun. Und 500 fühlte sich da ganz gut an, weil 510, 511 ist der Frankenkönig Clodwig zum Christentum übergetreten. Und das Frankenreich hat sich dann eben im Zuge unter den Merovingern, unter den Karolingern dann eben zur führenden Macht in Mitteleuropa entwickelt. Und da fand man das irgendwie passend. Dann sagen wir mal, 500 geht's im Mittelalter los. Davor, das ist alles noch Antike. Spätantike. Und da ist ja auch diese Trennung, die ist halt einfach irgendwie gewählt worden, weil man sagte, es passt. Also das darf man auch heutzutage auf gar keinen Fall so eng sehen, nach dem Motto, 500 geht was ganz Neues los. Sondern man muss eben die Spätantike, also die Zeit... von, ja, vom dritten Jahrhundert bis eben 500 auch noch zusammen sehen. Und auch die Entwicklungen dann im sechsten Jahrhundert hängen hier viel mehr zusammen. Und, ähm, aber 500 passte halt gut wegen Clodwig. Und 1500 passte ganz gut, weil 1492 haben wir Kolumbus, der nach Amerika fährt. Ähm, wir haben kurz vorher die erfolgreiche Reconquista der Spanier, dass sie eben das, ähm, Emirat von Cordoba erobern und damit eben Spanien tatsächlich zu einem zusammenhängenden Reich machen. Ähm, 1517 haben wir, ähm, Martin Luther. Und, äh, mit seiner... und das ist der Beginn der Reformation. Also man war, der fand eben 1500 passt ganz gut, weil da recht viel eben passiert, dass man eben sagen kann, okay, hier fängt so die Neuzeit an. Aber haben die sich das sofort überlegt und sagten, wir sind jetzt neu? Nein. Das ist vorbei? Das ist jetzt vorbei. Ab wann sagen die das, dass wir sind nicht mehr das Mittelalter? Weil der Begriff kommt ja erst, also man kann die Epoche ja erst abgrenzen, wenn man quasi schon drüber hinaus ist. Genau. Also, es gibt schon in der Zeit, schon im 16. Jahrhundert, ähm, auch so Ideen nach dem Motto, also 1500 ist tatsächlich von den Zeitgenossen immer schon so als Zäsur gesehen worden, weil man irgendwie damit gerechnet hat, naja, also, also Jesus hat versprochen, dass er wiederkommt und er ist immer noch nicht da. Und jetzt ist er echt zu spät. Jetzt machen wir weiter. Aber 1500 klingt irgendwie wie eine gute Zeit. Und, ähm, man hat dann auch die Renaissance, die beginnt. Ähm, und dann auch der Humanismus, der einsetzt dadurch, ähm, also man war schon der Meinung, okay, wir, wir sind jetzt, hier beginnt was Neues, hier beginnt was anderes. Ähm, aber diese Trennung, ähm, dass wir eben antike, Mittelalter, Neuzeit haben, das passiert dann doch erst wirklich, als sich dann eben das Fachgeschichte zu einem Universitätsfach entwickelt. Dass man das wirklich akademisch untersucht und sagt, okay, hier trennen wir. Und, ähm, dass eben das Mittelalter auch dann so als Klotz zwischen der Antike und dem, der frühen Neuzeit da drin sitzt, hat auch mit der Aufklärung zu tun. Ich wollte es nicht sagen. Das ist doch ganz besondere Freunde von dir, oder? Mhm, also ich bin, äh, den Aufklärern, äh, doch sehr gespalten, stehe ich ihnen gegenüber. Aber es sind eben sie, die auch das Mittelalter so finster machen. Also, ähm, warum ich da auch eben nicht so reagiert habe, auch wenn Daniel das gerne gehabt hätte. Sie hat's einfach schon so oft, äh, sich abreagiert, dass da nichts mehr kam. Das ist einfach nicht, ich kann einfach nicht mehr. Manchmal bin ich so müde, Daniel. So müde. Aber die Aufklärung, das Licht kommt in die Welt. Genau, das Licht und die Vernunft. Wir bedienen uns unseres eigenen Verstandes. Mhm, weil wir das vorher nicht getan haben. Auf jeden Fall, ähm. Falls ihr den bitteren Unterton nicht gehört habt, da kommt bestimmt gleich noch was dazu. Ähm, auf jeden Fall ist eben der Punkt natürlich, wenn Licht in die Dunkelheit kommen muss, oder überhaupt, wenn Licht hereinkommen muss, dann muss es ja vorher dunkel gewesen sein. Und deshalb wird das Mittelalter so dunkel. Und, ähm. Aber das, wenn man jetzt überlegt, also Aufklärung, französische Revolution, auch Revolution Amerika, also man schüttelt ja quasi dann die absolute Macht des Monarchen ab. Hm. Darum geht's doch eigentlich. Ja, es gibt mehr. Von den Auswirkungen, oder, und dann hätte ich jetzt gesagt, das, dann würde ja das Mittelalter quasi bis an die heranreichen, solange es halt diese Könige und unhinterfragte Kirche gäbe, wäre Mittelalter. Ja. Oder Sie nehmen dann die Reformatoren doch schon als so die, die haben schon mal die, die haben schon mal angefangen. Ja, die haben schon mal angefangen, genau, also die Renaissance ist natürlich, wird immer schon auch so verstanden. Und auch, wie gesagt, die Humanisten, das sind eben die, die dann auch die antiken Autoren wieder sammeln und lesen und darauf ihre Ideen aufbauen und auf denen baut auch dann die Aufklärung auf. Also es ist jetzt eben auch nicht so, wie das immer dann erzählt wird. Das ist halt mehr als Absolutismusweg und Revolution, ja. Das sind ja der politische Teil. Und die, die haben jetzt auf einmal die Ideen, sondern das baut eben schon auch auf den Humanisten auf. Aber, wie gesagt, 1500 ist tatsächlich auch schon so von den Menschen selbst als Zäsur gefühlt worden, sodass man da dann scheinbar auch irgendwie nicht mehr dran rütteln wollte. Die fühlen, die Zensur. Die fühlen, das ist doch jetzt neu. Zäsur, nicht Zensur. Die fühlen wir hier nicht, die Zäsur. Naja, Zensur gab es dann auch noch. Aber der Punkt ist ja, worauf ich auch hinaus möchte, okay, wir haben die Aufklärer, die eben erzählen, das Mittelalter ist ganz finster. Und jetzt kommt das Licht und das Gute und das Glück. Und wir wenden uns gegen das Gottesgnadentum und wir wenden uns gegen die Unterdrückung der Religion. Und jetzt ist alles toll. Okay, aber warum erzählen uns oder erzählen mir heute immer noch auf Partys Leute was vom finsteren Mittelalter? Beziehungsweise... Welche Partys sind das denn? Ja, es kommt nicht. So Historiker-Partys. So Historiker-Partys. Kostüm-Partys. Nein, das ist auch sowas... Nichts gegen die, die das machen, aber ich mache es nicht. Nee, was ich darauf hinaus möchte, ist gar nicht mal... Also beziehungsweise ich habe auch gar nicht so auf dieses finstere Mittelalter reagiert, weil mir das im Alltag nicht so oft passiert, dass Leute zu mir kommen und sagen, das finstere Mittelalter. Sondern es passiert genau das Gegenteil. Die Leute wollen mit mir über das Mittelalter reden, wollen mir erzählen, wie toll das Mittelalter war. Ach, weil sie gerade eine bestimmte Serie gucken? Weiß ich nicht. Oder vielleicht, weil sie auch ein Buch gelesen haben und das Mittelalter immer ganz toll fanden. Und da vertreten sie halt immer so ein bestimmtes Bild, wo ich so denke, okay. Und dieses Bild ist so ein bisschen, ja, also ich verstehe es ja auch, so dieser Reiz am Mittelalter. Es ist so das Fremde, es ist so ein bisschen unbekannt, es ist so ganz anders. Die haben Könige und Kaiser und die Männer haben schöne Kleider an und tragen schöne Kronen. Die Männer haben schöne Kleider. Ja, die Dermatika ist ein Kleid. Ach, du meinst den Klerus? Ja, auch die Kaiser tragen das am Anfang noch. Ja, aber die sind ja auch so ein bisschen, also die tragen das aber auch, also tragen das nur bei ihrer Krönung. Und wenn sie Hoftag haben, tragen sie das auch. Ansonsten haben die doch glänzende Rüstung an. Ja, ja. Und reiten in die Schlacht. Die reiten in die Schlacht auf ihren Pferden. Mit der Fahne voraus. Ja, und dann erzählen sie halt immer so, ja, und die Menschen im Mittelalter, die haben ganz doll an Gott geglaubt. Haben sie nicht? Ja, also, da kommt halt so ein Problem, was ich eben auch sehe, wenn ich mir... Also manchmal die Falschen wahrscheinlich. Ja, nö, also im Mittelalter hat niemand mehr an den falschen Gott geglaubt. Die haben falsch an den Gott geglaubt. Ich vergesse wieder die räumliche Eingrenzung. Ja, na gut, da irgendwo in Preußen da oben haben sie auch noch an den falschen Gott geglaubt. Ja, eben, wollte ich halt sagen, ja, da gab es doch diese Preußen und die Litauer und so. Die haben da noch Bäume verehrt. Und aber es gab in Frankreich auch die, die da irgendwie anders glauben wollten als der Rest. Ja, aber die haben falsch an Gott geglaubt. Die haben trotzdem an Gott geglaubt. Ach so, der richtige Gott, aber die falsche Art. Genau, das meint ich. Ja, und man merkt so auch, wenn man auch so YouTube-Videos guckt, wo Leute einem das Mittelalter erklären oder auch so vor allem deutsche Filmproduktionen sich anguckt, die im Mittelalter spielen. Da stört ich mich dann doch immer sehr dran, wie das Mittelalter so dargestellt wird, weil ich immer so den Eindruck habe und das Gefühl habe, und vielleicht ist das ja nur mein Gefühl und das stimmt nicht, dass diese Leute das Mittelalter leider nicht verstehen. Beziehungsweise, ja. Rasses Urteil. Entschuldigung, ich nehme es relativ lieber. Obwohl ich ehrlich gesagt immer noch überlege, was die deutsche Mittelalterproduktion sein könnte, die du meinst. Die sind so ein paar. Sind da so ein bisschen hängengeblieben dran? Es gibt so ein paar. Okay. Nee, beziehungsweise nicht das Mittelalter nicht verstehen, sondern die Denkweise der Menschen, der Menschen im Mittelalter nicht verstehen. Weil es kommt immer dieser Satz auch, ja, und das Christentum und die sind so religiös und die sind so gläubig und die glauben alle an Gott. Und natürlich tun die das, aber man muss da schon, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, wie wir heute oder die, die heute noch Christen sind und an Gott glauben, an Gott glauben und ihren Glauben leben und wie die Menschen im Mittelalter ihren Glauben gelebt haben. Weil da ist schon ein massiver Unterschied. Denn tatsächlich durch die Aufklärung hat sich unser komplettes Weltbild verändert. Also das, auch so kritisch, wie ich den Aufklärern gegenüberstehe, das muss ich ihnen dann doch zugutehalten, dass die tatsächlich unser Denken verändert haben. Denn wenn wir heute so drüber nachdenken, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, unser Denken ist wahnsinnig naturwissenschaftlich geprägt. Also wir glauben nicht daran, dass Gott in sieben Tagen die Welt erschaffen hat und auch Praktizierende glauben. Es soll so Gruppen geben, glaube ich, in den Staaten, die da sehr drauf beharren, dass das so gewesen sei. Ja, aber gut, da kannst du mich jetzt korrigieren, aber soweit ich das verstanden habe, sagt selbst die katholische Kirche, dass das eher als… Ich meine nicht die katholische Kirche, die hat sich weiterentwickelt. Dass sie das eher sagen, das ist als Metapher zu verstehen. Also natürlich gibt es auch immer noch einzelne Gruppen, die die Bibel komplett wörtlich auslegen, aber auch heute die führenden Religionen und die führenden Konfessionen in dem Zusammenhang sagen heute eher, ja, das ist metaphorisch zu verstehen. Und das heißt, wir sind eben… Also unser Verständnis der Welt basiert auf Biologie, auf Physik und auf Chemie. Also wir wissen, die Welt ist durch einen Urknall entstanden, dann hat es vier Milliarden Jahre gedauert und jetzt gibt es unseren Planeten und der hat sich so und so entwickelt. Wie viele Milliarden Jahre? Vier! Urknall ist schon ein bisschen länger her. Vier? Vier Milliarden Jahre gibt es unsere Sonne. Ach, dann so war das so, gut. Das ist ein Dreh. Urknall ist schon eine Weile her. Ich habe irgendwie immer nur diese vier Milliarden im Kopf gehabt. Na gut, also unsere Sonne gibt es seit vier Milliarden Jahren. Und das hat sich dann eben entwickelt und das können wir auch durch archäologische Funde nachweisen. Auf der Sonne. Auf der Sonne, auf der Erde, wie sich unser Planet so entwickelt hat, wie wir uns auch als Menschheit entwickelt haben. Auch, ja, der Atheismus ist, glaube ich, auch mittlerweile führend. Also, wenn man sich so Statistiken anguckt. Der Atheismus ist führend. Nicht der Atheismus, aber dass die Menschen eben sagen, ich glaube... Der greift um sich. Ich glaube, das hat es jetzt nicht gemeint. Aber das ist doch mittlerweile in Deutschland mehr Menschen gibt, die keiner Konfession angegangen hat. Ich glaube noch nicht, aber die Schwelle ist wahrscheinlich nah. Ich weiß, aktuelle Statistik nicht. Es ist ja wahrscheinlich auch gerade so, bis ändert sich da wieder was. Bis ändert sich gerade auch wieder massiv was. Aber ich hatte letztens irgendwie mal so im Vorbeigehen... Und natürlich, man kann ja auch nicht sagen, also, ich meine, da kann man ja nicht messen. Also, messen können wir ja Kirchenaustritte oder Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft. Aber du kannst ja auch gläubig sein, ohne da in der Steuerliste geführt zu werden. Das stimmt natürlich. Aber ich würde schon behaupten, dass der Prozentsatz zunimmt von Menschen, die eben keiner Konfession angehören. Und das ist eben unser Denken. Wir sind außerdem auch sehr stark säkularisiert. Das heißt, wir werden auch einfach so im... Ja, bei uns sind einfach Kirche und Staat getrennt. Natürlich stellt man dann immer mal wieder fest, dass Kirche und Staat dann doch etwas enger verbunden sind, als manche das vielleicht gerne hätten. Aber an sich gelten die Gesetze für alle. Ja, das tun sie. Das war früher halt anders. Also, das ist tatsächlich auch getrennt. Und das ist, wenn wir ins Mittelalter gucken, eben anders und komplett anders. Weil für mittelliche Menschen gibt es eigentlich nur die Vorstellung, dass die Welt von Gott geschaffen wurde. Die wachsen in diesem Denken auf, so wie sie das eben beigebracht kriegen, Gott hat diese Welt geschaffen. Und Gott hat diese Welt aus einem Grund geschaffen. Und Gott hat dich aus einem Grund an diese Position gesetzt. Wie weit die jetzt tatsächlich an die Genesis glauben und sagen, in sieben Tagen ist das und das passiert, das können wir nicht so nachweisen. Aber wir merken, wenn wir diese Quellen uns angucken, wenn wir das lesen, es ist für die nicht vorstellbar, Gott rauszunehmen. So wie es für uns heute völlig in Ordnung ist, eben vom Urknall zu sprechen und von der Entwicklung der Welt, ohne irgendwie an eine göttliche Macht, die da eine Hand im Spiel hat. Also das machen die wenigsten. Sondern sagen eben, oder es gibt auch eben viele Atheisten, die dann eben erklären, es gibt keinen Gott, weil die Welt ist von selbst entstanden. Und das ist eben für mittelalterliche Menschen nicht vorstellbar. Die können nicht ohne Gott. Das funktioniert nicht ohne Gott. Und in dem Sinne ist es natürlich korrekt, wenn man sagt, die waren sehr gläubig, weil sie natürlich vollständig an die Existenz von Gott geglaubt haben. Aber wenn wir heute von gläubig sprechen, meinen wir, meines Verständnisses naches, korrigiere mich gerne, mehr. Nämlich, dass ich in die Kirche gehe, dass ich meine Gebete sprechen kann, dass ich die Lieder mitsingen kann. Und das würde ich, glaube ich, eher als Frömmigkeit bezeichnen. Das ist vielleicht nochmal ein anderes, gläubig zu verstehen, in dem Sinne, dass man an Gott glaubt und womöglich auch Mitglied einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft ist. Dann sozusagen die in einer frühen Folge mal beschriebenen älteren Damen, die die Kirche am Leben am Laufen lassen, das sind auch die, die dann täglich, ich weiß nicht, 17.30 Uhr Rosenkranz beten und aufpassen, dass die Kirche offen ist, aber niemand was kaputt macht. Oder morgens schon vom Frühstück erstmal die Morgenandacht hören. Also das wäre jetzt für mich eher so der Grat an Frömmigkeit, vielleicht nicht unbedingt an Glaube. Okay, aber vielleicht, wie gesagt, missinterpretiere ich ja dann auch manches, aber ich habe immer schon so den Eindruck, dass das mitschwingt, wenn die Leute sagen, die Leute waren so gläubig, dass sie das halt so gemacht haben. Und das sind eben auch wieder so Punkte, die waren nicht unbedingt fromm damals, aber frömmer als wir heute. Und es gab da auch Leute, die nur einmal im Jahr in die Kirche gegangen sind, weil sie mussten. Oder die in die Kirche gegangen sind, weil alle gehen in die Kirche. Ich glaube schon, dass das selbstverständlicher war als heute. Also vielleicht das dann, dass diese, nicht Frömmigkeit im Herzen, aber dass es einfach ganz selbstverständlich dazu ist, so wie man schulpflichtig ist, dass man halt irgendwie sonntags den Kirchgang unternimmt, sofern die Kühe schon gebauten sind. Aber das ist einfach dazugehört. Das ist so dazugehört. Dass ich nicht vielleicht unbedingt immer mit der gleichen Andacht dabei bin, zumal die wenigsten Bauern wahrscheinlich die Wörter verstanden haben, die Priester hinter dem Lettner sprechen. Das war ja damals noch abgetrennt vom Rest. Genau, das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt, was man sich auch einfach nicht so bewusst macht, selbst eben auch, wenn die Gottesdienste, die wir heute besuchen, laufen anders ab als mittelalterliche Gottesdienste. Das hatte ich dann auch immer gerne als Beispiel mitgebracht. Das ist, ich glaube, es ist doch erst auf dem Zweiten Vatikanum hat man das geändert, dass die kein Latein mehr sprechen. Und da haben sie vorhin schon. Also seit dem Zweiten Vatikanum kann man die katholische Messe in der Volkssprache lesen. Genau. In einem neuen Ritus. Genau. Zugewandt dem, der Gemeinde. Das war ich mir nämlich nicht sicher, ob sie nicht vorher schon auch in der Volkssprache predigen durften. Predigt, ja. Ja, predigen geht. Die sind ja dann auch auf den Lettner raus und haben dann den Bauern nochmal gesagt, was jetzt hier heute anliegt, welcher Heilige dran ist, wofür der zuständig ist, wofür sie heute zu beten haben und ob die Sonne heute scheint. Keine Ahnung. Aber das konnten sie schon, denke ich, auch in den früheren Jahrhunderten in der jeweiligen Volkssprache besprechen. Aber die Messe. Lettner, der eigentliche Ritus, der war natürlich Latein. Genau. Und das ist eben so etwas, was man sich klar machen muss. Wir haben den Lettner in der Kirche. Das heißt, die... Also eine räumliche Trennung zwischen Gemeinde und dem geistlichen Sphäre, wo die Priester sich nur aufhalten dürfen. Man kennt das heute noch, wenn jemand von euch mal in orthodoxen Kirchen war. Da gibt es diese Ikonostase mit den drei Türen, sind es, glaube ich, in der Regel. Das ist ja ganz variiert, je nach orthodoxer Kirche. Ja, und das ist sozusagen eben auch bis da immer noch diese Trennung von der Gemeinde und einem Bereich, der eben den Priestern vorbehalten ist. Und das gab es eben früher in den lateinischen Kirchen auch. Ja. Bis das, wie heißt das, Tridentinische Konzil, das, was die katholische Kirche reformiert hat, dann abgeschafft hat. Genau. Interessanterweise finde ich ja sehr spannend, seit ich hier, ich komme ja ursprünglich aus Westfalen, da war er so eher katholisch dominiert und seit ich jetzt hier im Berlin-Brandenburgischen zu Hause bin, bin ich immer ganz fasziniert von den schönen alten Kirchen, mittelalterlichen Kirchen, die es hier gibt und im größeren Umfeld mit vorhandenen Lettnern. Ich glaube, die habe ich hier zum ersten Mal überhaupt gesehen. Und das Komische ist natürlich, dass wegen der Reformationen, die hier diese Reformen in der katholischen Kirche nicht mitgemacht haben und während die in Westfalen die Lettner alle rausgerissen haben, weil das Konzil das so beschlossen hat, sind die halt hier in Brandenburg und Umgebung stehen geblieben. Und dann kann man sich sozusagen die original katholische Version kann man sich in den protestantischen Domen Ostdeutschlands anschauen. In Lübeck, im Lübecker Dom gibt es auch noch Lettnern. Ah ja, tatsächlich. Aber der ist bestimmt nicht katholisch. Nee, aber wäre er ja mal. Aber der ist auch zum Teil aufgebrochen, aber zum Teil noch da. Aber eben wegen der Reformation dann die katholische Reform nicht mehr mitgemacht, also bleibt der Lettnern stehen. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, worauf ich eigentlich noch so. Gläubigkeit, Freiblichkeit, wie oft gehen wir in der Kirche. Das muss man eben schon trennen, genau, also dass die Leute, die dann damals auch in den Gottesdienst gegangen sind, die Predigt haben so verstanden, aber die Messe ist nicht für sie gefeiert worden in dem Sinne, weil sie eben hinterm Lettner stattgefunden hat, in einer Sprache, den die eigentlich alle nicht verstanden haben, nämlich Latein. Es gibt auch heutzutage noch Kirchen, die in Latein die Messe zelebrieren. Das ist dann immer mal ganz interessant, sich das anzuhören. Also ich verstehe da auch kein Wort, aber es klingt sehr schön. Ja, wobei, es ist ja ein Ritus, es ist eine Liturgie, das heißt, man muss quasi nur einmal, also heutzutage, die Bauern konnten jetzt, hatten noch keine günstigen Bücher, um danach zu schlagen, aber man kann ja sozusagen sich den Text besorgen, die Übersetzung, und das einmal lesen, was die da eigentlich erzählen, und das bleibt ja dann immer gleich. Also da gibt es vielleicht nochmal Gebetsvariationen, je nachdem, was für ein Tag eben gerade dran ist, und welcher Heilige gewürdigt werden muss, oder welches Ereignis, biblische Ereignis, oder aus dem Evangelium, aber sozusagen die Grundstruktur ist ja immer die gleiche, und die Worte sind immer die gleichen, also man muss es ja sozusagen nicht verstehen. Nee, genau, also das ist, worauf ich hinaus wollte, und vor allem der Punkt ist, es ist auch nicht dazu, es ist nicht unbedingt dazu gedacht, dass die Laien das verstehen, also die Nicht-Kleriker, die am Gottesdienst teilnehmen, die dürfen natürlich mitmachen, die sind auch gern gesehen, aber es wird nicht für sie der Gottesdienst gefeiert, sondern der Gottesdienst wird gefeiert, und wer zuhören möchte, zu sehen, ist mit einem Lettner halt schon schwierig. Ich komme ja zwischendurch raus. Winken Sie. Oder zeigen wir mal was rüber. Also das ist eben so der Punkt, dass das eben anders einfach gedacht ist, als es heute gedacht ist, wo man eben der Gottesdienst mit der Gemeinde zusammengefeiert wird, und auch der katholische Gottesdienst mit der Gemeinde zusammengefeiert wird, war das eben im Mittelalter nicht so organisiert und so konzipiert. Und gleichzeitig kommt das auch noch, was die Aufklärer dann eben abschaffen, dieses Gottesgnadentum, das ist wirklich so gemeint, und das heißt einfach, die Könige sind nicht nur in Gottes Gnade, und die erfüllen eben nicht nur Dinge, oder die tun nicht nur Dinge, die Gott gefallen, wie ich das schon mal gehört habe, sondern die sind von Gott da reingesetzt worden. Auserwählt. Auserwählt, um zu herrschen. Und geweiht. Und geweiht. Die sind gesalbt. Der Krönungsakt ist immer ein kirchlicher Akt, der findet immer in der Kirche statt. Und deswegen, das muss man sich eben klar machen, die Religion ist aus der mittelalterlichen Gesellschaft, überhaupt aus der Konstruktion von mittelalterlicher Herrschaft, vom mittelalterlichen Denken, nicht wegzudenken. Also, das ist komplett miteinander verknüpft. Und deswegen finde ich es halt immer so schwierig, wenn dann eben auch so gesagt wird, ja, die Kirche im Mittelalter, die war so mächtig, und die haben so viel Geld gehabt, und die haben so viel politischen Einfluss gehabt. Ja, natürlich haben die das gehabt, weil das war ihr Job, deswegen gab es sie. Also, das war, also da, finde ich, kommt halt dieses Missverständnis so klar zum Ausdruck, wenn man eben, wenn wir heute darüber sprechen und uns das angucken und sagen, wieso ist die Kirche eigentlich so mächtig in, warum hat die so viel politische Macht, warum dürfen Erzbischöfe den König wählen, warum haben wir einen Papst, der dann auch nicht nur betet, sondern auch noch herrscht in Mittelitalien, so, weil das eben komplett miteinander verknüpft ist, das kann man nicht trennen. Und auch Könige sind von Gott beauftragt zu herrschen und sind eben dahin platziert worden und führen ihre Macht auf Gott zurück. Also, die können sich gar nicht so von Gott lösen, wie das eben dann von der Aufklärung auch verlangt wird, oder dass man eben dann aufgeklärte Herrscher hat, die dann sagen, ja, ich bin der Diener meines Staates, wie Friedrich der Zweite. Das ist aber auch nicht mehr mittelalterlich. Nein, nein, aber ich meine jetzt nur, nicht so ein frommer Mann. Nein, nein, darum geht es mir ja. Also, ein Friedrich der Zweite konnte eben nach der Aufklärung seine Herrschaft von Gott lösen. Aber davor geht es halt nicht, weil das so fest miteinander verknüpft ist. Wenn ich erzähle, ich habe mit Gott nichts zu tun, dann sagen alle anderen, ja, aber dann bist du auch nicht König, weil deine Macht kommt von Gott. Der will, also hat dich da hingesetzt und wenn du jetzt hier ohne Gott, also das ist für die einfach absolut nicht vorstellbar. Und da habe ich immer so ein bisschen so das Gefühl, dass eben auch Menschen, die eben von heute so zurückgucken und sich diese Strukturen angucken, eben mit ihrem heutigen Denken, diesem säkularisierten Denken, dieser Trennung von Kirche und Staat, die für uns heute möglich ist, zu denken, zurück, das zurückprojizieren, kurz, ich möchte mich mit dem Satz noch zu Ende bringen, das zurückprojizieren und meinen, dass das auch so da war und das war damals eben nicht so. Ja, denke ich auch und zwar auch ja sozusagen dieses Verständnis vom Ich, das wir heute haben, also dass ich ein denkender Mensch bin und das ist mein Leben und ich entscheide, was ich in meinem Leben mache und was ich glauben möchte, dass es meine Privatsache ist und mein Gewissen, dem ich verantwortlich bin und das gibt es eigentlich auch erst seit den Humanisten, sozusagen so eine Vorstellung überhaupt, dass ich als denkender Mensch bin das Zentrum meiner Welt und das sind meine Entscheidungen und ich kann natürlich gläubig sein, aber das ist eben auch meine Zuwendung zu Gott im Zweifel und ich glaube, diese Option gibt es vorher eigentlich nicht. Da ist man einfach sozusagen in die Welt geworfen, man ist Teil des ganzen göttlichen Planes. Ja, also, dass ich selbst ein Mensch bin und ich mich unterscheide von anderen Leuten. Ja, das ist schon klar, nein, aber ich meine jetzt sozusagen, dass ich ein Gewissen habe und ich bin meinem Gewissen verantwortlich, ich kann das mit mir selber klären, das gibt es halt vorher nicht. Ja, also. Also, ich kläre das mit Gott. Ich kläre das mit der Vertretung von Gott auf Erden, mit der Kirche. Ja, also beziehungsweise. Ohne das geht es eigentlich nicht. Ja, also beziehungsweise dieser Gedanke eben, dass man eine Trennung zwischen Privatperson und Staatsperson hat, auch bei amtierenden Herrschern beispielsweise, das gibt es nicht. Also, ich als Privatperson existiert nicht. Man ist immer Teil eines gesellschaftlichen Konstruktes. Man gehört einer Familie an, die man repräsentiert und man gehört eben dem Glauben an, ob man das jetzt selber individuell so, ob einen das persönlich überzeugt oder nicht, ist da irrelevant. Also, ich muss eben meine gesellschaftliche Rolle spielen. Und eben so individuelle Freiheiten, wie wir das heute kennen, mögen die Menschen damals gehabt haben, aber wir finden das in den Quellen nicht. Weil diese Quellen natürlich ganz klar auch schon konstruiert sind und diese Personen auch schon ganz klar in ihren Ämtern zeigen. Und das ist eben ganz interessant, wenn wir uns auch so die höfische Gesellschaft im 13. Jahrhundert angucken und die Chronistik, die in der Zeit schreibt, also Friedrich Barbarossa beispielsweise, wie der präsentiert wird in den Quellen, da sehen wir ihn als König. Wir sehen ihn in diesem Amt, wie er handelt, und wie er aber hinter verschlossener Tür mit seinen Beratern gesprochen hat, das erleben wir nicht, das wissen wir nicht, weil das ist nicht Teil seines Amtes. Und deswegen dieses private Erleben können wir einfach nicht nachvollziehen. Deswegen ist es eben auch immer so schwierig, dann gerade auch, wenn es dann um Herrscher geht, wie Heinrich IV. oder Friedrich II., die massiv mit der Kirche in den Konflikt kommen, ob die da persönlich jetzt irgendwie getroffen waren oder ob die das jetzt wirklich, ob die da in ihrem Glauben gezweifelt haben, das wissen wir nicht, weil diese Quellen sind nicht da. Was wir aber sehen ist, dass sie eben dann sagen, nee, die Kirche ist nicht falsch, der Glaube ist nicht falsch, der Papst ist falsch. Also da wird eben auch noch mal getrennt, einfach wird gesagt, diese Person, die gerade auf dem Amt, gerade den Amt, den Stuhl Petri innehat, sei es Gregor VII. oder Gregor IX., die sind falsch, die irren. Und ich als Kaiser oder zukünftiger Kaiser versuche, diesen falschen Papst loszuwerden, um die Kirche zu retten. Das ist nicht so ein politischer Schachzug einfach. Du meinst, die glauben da wirklich dran? Ja, das ist halt der Punkt. Ich weiß nicht, ob sie wirklich dran glauben, aber sie sagen es. Die sagen einfach nur, ich suche einen Vorwand, ich will da jetzt ein Stück von Italien haben, der Papst muss weg. Oder der will nicht den Bischof ernennen, den ich will. Dann muss der weg. Das ist halt der Punkt. Also sie sind doch genauso politisch. Natürlich sind die genauso politisch, aber sie argumentieren nicht so. Darum geht es mir. Sondern sie argumentieren nach außen, dass sie sagen, das ist der falsche Papst, der sagt falsche Dinge. Deswegen muss ich mich jetzt als Kaiser drum kümmern, weil ich ja als Weltlicher auch, oder eben als Weltliche Macht, als Vertreter der Weltlichen Macht, dafür zuständig bin, dass der Papst auch ein angemessener Papst ist, dass der auch richtig ist. Dass der mich zum Kaiser macht. Ja, also das ist halt so dieser Punkt, es ist halt immer schwierig, da zu trennen. Und wir sind halt so säkularisiert, für uns ist das so klar getrennt, dass das eben für uns auch immer so eben ist, dieser, ja, aber das macht er ja nur als, das macht er doch nur, um Macht zu bekommen. Das macht er doch nur als Vorwand. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, nein. Ich glaube, die haben das schon so gesehen. Und deswegen ist es halt immer schwierig. Und wenn man dann eben guckt, wo diese Argumente dann auch immer hinführen, sei es eben im Gespräch oder sei es dann eben auch auf YouTube. Es ist jetzt auch gar kein Diss gegen diese vielen geschichtsinteressierten Menschen, die Geschichte und auch mittelalterliche Geschichte über kurze YouTube-Videos weiterbringen wollen. Es sind eben nur so Punkte, die mir auffallen, wo ich so denke, ah, die sind immer sehr pro Reformation. Jetzt sind wir bei dem eigentlichen Punkt. Jetzt sind wir nämlich bei dem eigentlichen Punkt. Was mich so wahnsinnig macht, ist, dass du guckst dieses Video, das, weiß ich nicht, fünf Minuten oder zehn Minuten geht und nach zwei Minuten weißt du, ah, es geht Richtung Reformation. Also, wenn es... Ein Schritt Richtung Licht. Ein Schritt Richtung Licht. Ein Schritt aus der Finsternis, einen Schritt weg von der bösen Kirche, die ja nur Geld zusammenrafft und besoffen... Hat es halt unmittelbar davor auch getan. ...und besoffen zum Gottesdienst erscheint. Bitte was? Ja. Wer ist besoffen zum Gottesdienst? Die Priester. Ach so. Die mussten auch während des Gottesdienstes Alkohol trinken, weißt du das? Ja, so ein kleines Schlückchen. Die Gemeinde kriegt nichts davon, die müssen es schon ausdrücken. Mit so einem kleinen Schwipps kann man das Latein auch viel besser über die Lippen bringen. Nein, also es ist schon, es werden hier immer auch so die, die Schlagpunkte der Reformation immer so rausgehauen. So, ähm, der Ablasshandel, die Priester konnten die Landessprache nicht, die haben nur die Pfründen zusammengerafft. Es ging nur um Macht und Geld und gar nicht mehr um die Spiritualität und gar nicht mehr um den Glauben. Und die armen Bauern, die nicht immer unbedingt arm waren, aber okay, die armen Bauern, um deren Seele kümmert sich gar niemand mehr. Und das stimmt so nicht. Und es hat auch Studien gegeben, die belegt haben, dass es nicht so schlimm war in der Zeit, wie Martin Luther das beschrieben hat. Aber das sind natürlich schöne Schlagworte, die auch die Reformatoren benutzen, um, ähm, die Missstände in der Kirche anzuschauen. Also du meinst, die YouTuber von heute sind immer noch den reformatorischen Propaganda aufgesessen? Ja. Und, äh, das war mal ein klares Wort. Und, bevor jetzt alle in die Tasten hauen, ähm, haut dir die Tasten, Leute, was ihr davon haltet. Lasst mich, lasst mich erst, lasst mir meinen Punkt ausführen. Ähm, und mein, und das ist nur der Grund, warum ich überhaupt mehr mit dir über dieses Thema reden möchte. Ich glaube, das liegt auch gar nicht in der Schuld dieser YouTuber. Natürlich nicht. Sondern diese YouTuber und auch die YouTuberinnen. Gibt es auch. Gibt es auch. Die, die geben ihr Bestes. Sag was, du machst es gerade nicht besser, glaube ich. Ich weiß, oh Gott, das ist richtig furchtbar. Man hat sich stets bemühen. Nein. Ähm, du hast selber gesagt, du weißt es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ähm, aber man merkt eben, beziehungsweise, ich unterstelle ihnen jetzt was und ich habe Vermutung, dass sie eben ihr Wissen aus Handbüchern haben. Ein Handbuch. Was völlig in Ordnung ist. Haben wir das nicht alle? Ja, deswegen ja. Es ist völlig in Ordnung. Warum machst du es dann jetzt schlecht? Nein, ich mache es nicht schlecht. Ich möchte es nur klarstellen, dass viele dieser Handbücher ein bisschen alt sind. und nicht unbedingt den aktuellsten Forschungsstand beinhalten. Und vor allem gerade auch, wenn es so um Themen geht, wie Papst und Kaiser, Kirche im Mittelalter, der Einfluss der Kirche, vor allem im Heiligen Römischen Reich, dann geht, gehen auch diese Handbücher eben auf, ähm, ja, den Forsch, also auf Aussagen und Feststellungen und Thesen zurück, die in der frühen Geschichtsforschung gemacht wurden und die heute eben auch in der Geschichtswissenschaft massiv diskutiert wurden. Und, ähm, man muss sich, und deswegen muss man sich dann eben damit auseinandersetzen, wann ist denn die Geschichtsforschung eigentlich gegründet worden? Wann, seit wann gibt es das, was wir Geschichtsforschung nennen, Geschichtswissenschaft? Auch sowas mit der Aufklärung. Ja. Wie zum Beispiel Schiller. Ja, du hast so schöne Geschichtsaufsätze dann geschrieben. Ja, also die akademische Geschichtsforschung lassen wir so eigentlich im Kaiserreich beginnen. Ach so. Ja. Okay. Das ist aber unfair. Ja, also vorher gibt es natürlich auch schon Personen, die Geschichte erforschen und Geschichte, sich das untersuchen. Ähm, aber diese, ja, diese akademische Geschichtswissenschaft, dass es auch tatsächlich ein Universitätsfach wird und dass die Leute hinsetzen, sich hinsetzen und Quellen sammeln und zusammenstellen und sichten, das beginnt tatsächlich vornehmlich so um die Gründung des Kaiserreiches herum. Da muss man dann eben bedenken, dass, vor allem auch die mittelalterliche Geschichtswissenschaft, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, da das zu betonen. Und da muss man, vielleicht für, weil, dir das jetzt interessant ist, dass du die Marke, die Gründung des Kaiserreiches, des Deutschen Kaiserreiches setzt, also das war 1871, wenn man da zweifelt. Genau. Das ist so, ich glaube, es war vorher auch schon an manchen Universitäten Fach, Geschichtsfach, Unterrichtsfach, aber soweit ich das immer abgespeichert habe, geht es halt so wirklich im Kaiserreich los. Und da muss man natürlich bedenken, dass diese Geschichtsbegeisterung auch vom Staat, und jetzt können wir tatsächlich von einem Staat sprechen, was wir vorher nur mit Schwierigkeiten tun und ich eigentlich auch immer vermeide, dass das auch gefördert wird. Also gerade die preußischen Kaiser sind begeistert. Preußischen Kaiser, entschuldige bitte. Also du meinst, ja. Ja, also beziehungsweise die Hohenzollern-Kaiser so, die sind, also beziehungsweise erst als Preußen Könige und dann als deutsche Kaiser sind die alle ganz begeistert vom Mittelalter. Und es geht mit Friedrich Wilhelm IV. los, aber auch noch Wilhelm II. ist da auch. Ja, es geht schon sogar ein bisschen, also ich weiß ja nicht, begeistert vom Mittelalter, also klar, da ist Friedrich Wilhelm IV, der sticht da raus. Das ist auch so die Hochphase, wo man Mittelalter wirklich richtig toll findet und den Rhein und die Burgen und die müssen wir dringend reparieren und damit es wieder so schön ist wie früher und eigentlich war doch damals das alles gut, weil wir dieses Reich hatten und das müssen wir wieder zurück und der Barbarossa wacht dann wieder auf und dann, ne? Genau und dann bauen wir den Dom in Köln fertig, die schöne Gotik, die ist doch ein wahrer Ausdruck deutscher Seele. Wenn sie aus Frankreich kommt. Ja, aber die Seele ist deutsch. Mhm. Wann französische Architekten das erfunden haben. Aber natürlich, das passiert, das fängt vorher schon an. Also der ist quasi so der, da wo es auf dem Gipfel und schön ist. Genau und das. Danach wird es verkitscht. Das sind so die Kirchenguste, so diese späten neugotischen Kirchen und dann muss jede Fabrikhalle jetzt aussehen wie eine Burg und die Nibelungen werden gemalt in so komischen bunten, kitschigen Kleidern und auf Burgzähnen ihre Haare kemmet, Krimhilde. Aber die, wo ist denn bei uns der erste Neugotik hat für dich der Großen bauen lassen? In Potsdam, das Naul Natura. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass jemand wieder Gotik für sich entdeckt hatte. Zähne ich, ich finde ich der Große. Ja. Der war ja jetzt nicht so Mittelalter. Ich wollte gerade sagen, der war ja der Mittelalter war der richtig scheiße. Aber irgendwie kam der zum ersten Mal wieder auf den Geschmack scheinbar, dass Gotik auch ganz schick aussieht. Das war auch mit einer der Ersten. Ja, und dann ist auch erstmal, glaube ich, nichts mehr passiert, so großartig. Und dann natürlich später mit Schinkel. Dass er alte Burgen wieder repariert und die Hohenzollern bauen dann ihre Burg wieder auf. Genau, da wollte ich jetzt nämlich drauf kommen, weil eben diese Geschichtsforschung, die eben so um die Gründung des Deutschen Kaiserreiches richtig Fahrt aufnimmt, fußt natürlich auf den Leuten, die sich davor schon mit dem Mittelalter beschäftigt haben, wo du ja auch eben schon drauf eingestiegen bist. Und das geht... Also, dass man quasi von dem Neuen Reich jetzt nochmal die Grundlagen des Alten Reiches da runterkommt. Genau, und das geht eben schon früher los und da sind wir dann wieder bei den Gebrüdern Grimm. Ach nein! Du weißt aber schon, dass das sind Märchen. Man wird die nicht los! Verstehe ich nicht. Die haben doch jetzt Märchen und Sagen geschrieben, haben die jetzt auch Geschichtsaufsätze verpasst? Nee, aber sie sind Vertreter der Romantik. Darum geht es mir. Und die haben schon... Also die Hexe kommt jetzt auf die Burg am Rhein. Ja. Und die Romantik kommt eben so, ja, um 1800 geht die los. Also manche lassen sie früher beginnen, andere lassen sie später beginnen. Jetzt wird es romantisch. Jetzt wird es romantisch, Schätzelein. Und Romantik meint natürlich in der Zeit etwas anderes, als es für uns heute meint. Oder, naja, also... Also es ist nicht, du machst jetzt Kerze an und Champagnerflasche auf und machst schöne Musik bei dir, soll weil... Nee, wir sehnen... Auch wenn du meinen Antrag abgelehnt hast, aber könntest du es doch trotzdem schön machen, ne, Schätzelein? Könntest du es auch sehr schön machen und uns nach den früheren Zeiten sehnen, so wie... Nach den früheren... Genau, das wäre dann die wahre Romantik. Das ist die wahre Romantik. Früher war alles viel schöner. Früher war alles besser. Und das finde ich eben ganz interessant. Ich habe das nämlich mal nachgeguckt, dass alle führenden Vertreter der Romantik, die ja unbedingt sich nach dem Mittelalter zurücksehnen und die großen Sagen wieder sammeln und auch die Märchen sammeln und in die gute heile Zeit zurück möchten. Und eigentlich am liebsten alle wieder katholisch wären. Nicht zu unterschätzen. Ja, doch, viele von denen. Ja, viele von denen finden dann auch den Papst wieder toll und die Kirche. Ja, aber jetzt geht doch auch um Einheit. Ja, aber von denen habe ich nicht so viel zur Einheit und der Papst ist ganz toll gelesen. Von denen habe ich mich immer gerade... So würden die das natürlich nicht sagen. Aber gefühlt haben die das. Gefühlt weiß ich auch nicht, ob die das mit dem Papst Ich weiß es auch nicht, aber ich sage das jetzt mal. Du hast vorhin auch Sachen gesagt, von denen du nicht wusstest. Gut, auf jeden Fall, die sehnen sich eben jetzt ins Mittelalter zurück, wo wir noch die großen Rüstungen hatten und die hohen... Die hohe Minne. Wo ich noch in meine Rüstung gepasst habe. Und der Ritter am Fuße des Turmes seiner Holden Maid ein Lied gespielt hat. Um dann ein Schnupftuch dafür zu kriegen. Ja, und die Turniere, die veranstaltet. Es war doch alles so schön. Und wir hatten ein Reich. Und wir hatten einen Kaiser. Unter Barbarossa war doch alles so schön. Der war doch nie da. Barbarossa war da. Ich dachte, er war die ganze Zeit irgendwo da unterwegs auf Kreuzzug. Ja, später da. Auf jeden Fall, ja, der war ganz toll. Der Barbarossa, er hat doch... Der kriegt auch noch mal eine Extrafolge. Schon allein aus dem Grund, damit wir immer drüber sprechen, wie man Leute so bestatten kann. Ja, und das ist alles so schön. Und ich habe das nachgeguckt und alle Vertreter der Romantik waren Protestanten oder reformiert. Echt? Ja, ich habe es nachgeguckt. Die Brüder Grimm sind reformiert gewesen. Goethe war Protestant. Hölderlin war Protestant. Schlegel war Protestant. Novalis. Ja, Schiller weiß ich nicht, aber Schiller weiß ich nicht. Württemberg, da ist man auch protestantisch. Es ist wahrscheinlich, dass ich protestant war. Also, und das finde ich eben ganz interessant. Und auch das, jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Vorwurf gegen die. Aber wenn wir jetzt eben vornehmlich Protestanten haben, die jetzt aufs Mittelalter zurückgucken, dann sehen die sich ja nach bestimmten Dingen zurück. Und es werden bestimmte Dinge idealisiert und bestimmte Dinge toll gemacht. Und gleichzeitig hat man aber das Problem mit der Kirche. Man hat den Papst, der da so mächtig ist und das will man ja nicht mehr haben. Ich schwöre dir, ich schaue dir zunächst mal so richtig da draußen. Die waren da nicht so abgeneigt mehr. Also, es ist nicht, dass die jetzt, nee, das ist nicht, dass die konvertieren wollten. Das nicht. Aber man hat sich sozusagen danach gesehnt, dass eben auch nach der Einheit des Reiches zurückgesehen, aber eben auch dicht beim Mittelalter, nach der Einheit des Glaubens und der Kirche. Ja gut, aber das halte ich. Ausdruck dessen, preußen, protestantisch, dass man sogar die Kalvinisten und die Lutheraner wieder in eine Kirche zuerst mal zusammengeschickt hat, gezwungen hat. Dann haben wir da schon mal wieder Einheit. Und das Nächste ist, der protestantische König baut halt im Rheinland die Burgen. Ja, aber die Burgen eben und nicht, also den Dom schon, aber das ist ja eh so ein Ding. Ist auch ein Machtzeichen. Das ist ein Machtzeichen. Aber es ist schon interessant, dass dann diese ganze Mittelalter romantischen Ausdrücke, bauliche Ausdrücke sind im katholischen Raum dann da im Westen, Rheinland, entlang. Was zu der Zeit unter preußischer Herrschaft steht. Ja, klar. Und diesen Protestanten. Aber auch der bayerische König baut sich so Mittelalter Burgen. Ja, also... Ich meine jetzt nicht nur das Kitschding, was ganz oben auf dem Berg steht, das ist das Disney-Schloss, sondern auch vorher das, was unten im Tal steht. Das ist ja schon älter und das ist dann mehr noch so romantisch. Das stimmt schon. Aber ich möchte halt nur noch... Klar, wir vereinfachen hier sehr viel, was eben deutlich komplizierter ist. Das ist mir auch schon bewusst, dass ich hier sehr viel zusammenbringe. Aber ich finde es schon eben interessant, dass die führenden Personen Protestanten sind, die natürlich nicht gegen Luther sind und die natürlich auch fest davon überzeugt sind, dass Luther recht hatte. Weil das ist ja ihr Chef quasi, der hat ihre Religion begründet. Deswegen, der wird nicht hinterfragt, darum geht es mir. Ja, wir brauchen jetzt eine katholische Version von dem wahrscheinlich. Ja, also... Also der muss jetzt ganz gewinnen. Also das ist halt, was man sich einfach so ein bisschen auch klar machen muss, dass man das schon so ein bisschen auch kritisch sehen muss, welche Perspektive wir hier aufs Mittelalter bekommen. Da die eben ganz klar protestantisch ist. Und auch eben führende Historiker später, eben im 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, das sind auch alles Protestanten, die hier auf die Geschichte gucken und die hier auf das Papsttum gucken. Und eben gerade in der Zeit sind Konfessionen wirklich noch bedeutend. Heute interessiert es keinen mehr, ob ich evangelisch bin oder katholisch. Aber du guckst jetzt natürlich auch, was hier die unsere Berliner, rössischen Historiker an der Humboldt-Uni oder Friedrich-Wilhelms-Universität damals für Geschichte geschrieben haben. Das ist wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm, was sie damals in Rom an der Universität gelehrt hat. Nee, aber es geht mir jetzt gerade auch um die deutsche Perspektive. Also das muss man auch nochmal klar machen. Es gibt Stimmkatholiken, die auch romantisch sind. Ja, 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 klar. Aber gut, ich glaube, Romantik, die anderen Länder haben das auch nicht so mitgemacht. Nee, also mir geht es jetzt hier schon ganz klar um die deutsche Perspektive auf das Mittelalter im 19. Jahrhundert. Und da fällt eben schon auf, dass das alles Protestanten sind, die da drauf gucken und dadurch eben Luther nicht in Frage stellen. Und das passiert wird dann auch in der Geschichtsverforschung nicht gemacht. Also das wird einfach akzeptiert, dass das so war, wie es eben von Luther dargestellt wurde und dass das eben so weitergetragen wird. Und deswegen, und da jetzt eben diesen Sack zuzumachen, überrascht es mich dann eben auch nicht, wenn heute noch Personen, die jetzt eben nicht unbedingt Geschichte studiert haben, sondern als Journalisten sich für Geschichte interessieren und einfach dann die Handbücher lesen, diese Ideen weitertragen, weil das ist ja das, was sie lesen. Und das finde ich eben halt schon schade, weil es eben tatsächlich in den letzten Jahren doch sehr viel Bewegung gegeben hat in der Mediabistik, wo man sich das eben einfach bewusst geworden ist und bewusst gemacht hat und jetzt eben doch andere Perspektiven einnimmt und Luther auch deutlich anders bewertet wird als Mensch und Reformator. Und das würde ich eben auch gerne einfach mal so in der Populärwissenschaft oder in der Populärkultur wiedersehen, weil die meiner Meinung nach doch eben sehr antikatholisch, antiklerikal ist. Also wenn ich mir eben so deutsche Filmproduktionen angucke, dann haben wir immer den bösen, verkommenen Priester, der nur Geld zusammenrafft und man hofft auf die Reformation, damit der endlich weg ist. Das funktioniert halt. Ja, natürlich funktioniert das, aber es ist halt nicht korrekt. Und da sind wir jetzt wieder bei dem... Aber es gibt auch diese Serien, jetzt fällt mir das nicht mehr ein, aber es gibt auch Serien, wo nette Pfarrer sich um die Gemeinde kümmern, völlig selbstlos sind. Sag mal, es sind keine Mittelalterfilme. Nein, es sind keine Mittelalterfilme. Darum geht es mir ja. Aber ich kenne keine deutsche Mittelalterproduktionen. Ich schon, aber ich habe ein bisschen Angst. Du musst mir da nochmal eine Liste machen. Ich habe da ein paar im Kopf, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich die nenne. Das ist jetzt die Fanpost, Chris. Dass ich dann die ganzen Fans sich... Uns hört doch noch keiner. Uns hört noch keiner. Du erzählst doch nur mir das. Aber vielleicht gehen wir viral und dann... Ja, wenn du jetzt Namen nennst und mal richtig loslegst mit dem Bashing. Mal richtig loslegst. Nein, es geht ja nicht ums Bashing, aber es geht einfach nur... Es ist mehr Potenzial da und es ist halt eben schade, wie einfach wirklich dieses Bild der Romantik des 19. Jahrhunderts weiterhin fortgetragen wird und dann eben auch falsche Dinge weitererzählt werden, die eben auch im Zuge der Romantik, auch im Zuge des Nationalismus erst da so draufgepresst wurden. Also das Schlimmste ist immer noch, wenn mir irgendwelche Leute erzählen, dass Ostern eigentlich ein heidnisches Fest sei. Aber ist es nicht? Nein. Wieso? Also... Also Frühlingsfest. Ja, außer du sagst, Passach ist ein heidnisches Fest. Und das würde keiner sagen. Ich weiß nicht, was da... Gut, die hatten natürlich auch einen konkreten Anlass, was sie da gefeiert haben, aber vielleicht hat sich das auch verbunden mit irgendeinem älteren Daten. Also die Kirche war doch gut darin, die Glaubensvorstellungen aufzunehmen, die sie da vorgefunden hat. Ja, ja, und dann sind wir wieder bei der bösen Kirche, die Leuten ihren Glauben aufdrückt. Und ja, Ostern ist kein heidnisches Fest. Das mit der Ostara... Ostern an sich ist natürlich kein heidnisches Fest. Aber dass da jetzt nicht irgendwie vielleicht Bräuche aufgenommen wurden, die es vorher schon gab oder wahrscheinlich es in einem ähnlichen Zeitraum vorher schon irgendwelche Frühlingsbräuche gegeben hat. Ja, das ist möglich, aber... Das ist dann so, wie wir das heute kennen. Ja, aber wir haben trotzdem eben wieder Jakob Grimm. Was hat der denn jetzt wieder geschrieben? Der von der Ostara schreibt. Der was? Von der Ostara schreibt. Und dass das eben eine germanische Frühlingsgöttin gewesen sei. Und das stimmt so nicht. Also Jakob Grimm wird spätestens, wenn wir noch drei Folgen machen... Dann steigt er aus dem Grabe und er flürgt zu mir. Dann steigt er aus dem Grabe. Sehen schon hinter dir als Schattenumriss stehen. Sucht er mich heim als Geist. Wir können gerne mal uns unterhalten, Jakob Grimm. Nee, also... Und er führt eben... Also das steht auch wieder in seiner deutschen Mythologie drin. Und er führt sich da auf Beda Venerabilis zurück. Und Beda Venerabilis ist... im 8. Jahrhundert. Im 7. Jahrhundert? Nee, im 7. Jahrhundert. Ich kann dir nicht helfen. Ist ein sehr berühmter angelsächsischer Missionar. Ich glaube, ja, ich komme immer durcheinander. Aber ich glaube, es ist das 7. Jahrhundert. Und er schreibt eben... Also es gibt eben in der Zeit einen Streit um den Ostertermin. Und die Angelsachsen haben einen anderen Termin als Rom. Und Rom sagt, Ostern findet statt. Am 1. Sonntag. Nach dem 1. Vollmond. Nach Frühlingsanfang. Das habe ich auswendig gelernt. Und die Angelsachsen eben sehen, möchten das an einem anderen Datum haben. Und Beda Venerabilis schreibt eben eine Streitschrift um den Ostertermin. Und erzählt und schreibt dann eben, ja, aber da können wir nicht feiern. Weil hier die Heiden feiern an dem Tag nämlich ihr Frühlingsfest. Und deswegen geht das nicht. Deswegen müssen wir unseren Termin nehmen. Ach. Und irgendwie... Das ist jetzt nur ein intolerantes Beispiel, das du extra rausgesucht hast. Das ist Jakob Grimms Beispiel. Und eben Beda Venerabilis verwendet in diesem Zusammenhang eben irgendwie dieses Wort Ostara oder Istan. Aber dann hat du doch genau... Ja, aber... Und dann hat Jakob Grimms mit seinen eigenen Waffen geschlagen, dass der sagt, das ist das Fest von den Heiden auf Basis der Quelle, die eigentlich sagt, wir feiern nicht an dem Fest von den Heiden. Und das ist eben auch die einzige Quelle, wo dieses Wort Istara irgendwie fällt. Und Jakob Grimms macht daraus eben diese Ostara und sagt, das ist die Frühlingsgöttin, wo irgendwelche Germanen gefeiert haben. Und es gibt diesen Namen eben nirgendwo anders. Also man sollte vermuten, wenn es wirklich so ein Frühlingsfest gegeben hätte und es wirklich so eine Göttin gegeben hätte, dass wir auch noch in anderen Quellen einen Hinweis drauf finden würden. Aber das tun wir nicht. Die Germanen haben halt nichts aufgeschrieben. Ja, aber die Römer haben aufgeschrieben. Also irgendwie. Und es ist halt nur Beda. Und er ist sehr glaubwürdig in den Chroniken, die er schreibt. Aber ich würde jetzt mal vermuten, in einer Streitschrift, wo man seinen Willen durchsetzen möchte, kann man vielleicht mal ein bisschen übertreiben. Könnte passieren. Also das ist eben so. Vielleicht hat es diese Göttin gegeben. Wenn man an dieser Göttin festhalten möchte, bitte haltet an der Gottheit fest. Aber man kann eben nicht klar sagen, dass es sie definitiv gegeben hat. Sondern es ist eben sehr schwierig, dieser Quellenfund. Und deswegen kann man hier eben nicht sagen, Ostern war ein heidnisches Fest. Das ist halt nicht beweisbar. Und das kommt aber eben immer noch, weil sich die Leute eben auf diese Ideen begründen, die eben im 19. Jahrhundert geschaffen wurden. In diesem Zuge der Romantik, im Zuge des Nationalismus. Wir müssen doch wieder die Einheit haben. Es muss doch wieder so schön werden wie früher. Und da projiziert man dann diese Ideen aufs Mittelalter und auch noch auf die Zeit davor, auf die Germanen, die damit eigentlich auch nichts zu tun haben. Die schon mal gar nicht. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass viel von unserem so allgemeinen Wissen über das Mittelalter, in der Popkultur, in der Populärwissenschaft immer noch auf diesen Ideen des 19. Jahrhunderts beruht. Und da muss man eben wirklich aufpassen, weil die eben nicht harmlos sind, sondern mit einem ganz klaren politischen, ideologischen Gedanken geschaffen wurden. Die Märchen? Ja, aber auch das war Erhalt der deutschen Kultur und Schaffung einer deutschen Identität und Schaffung eines deutschen Nationalstaates. Aber die waren doch jetzt nicht so böse. Ich sage ja auch nicht, aber es hat ja auch nicht so... Die haben doch nur Burgen repariert. Die haben nur Burgen repariert, da kann man dann auch... Oder neu aufgebaut. Da hat sich dann auch ein großer Streit dran entzündet, ob man das tun sollte oder nicht. Aber ich meine ja nur, diese Sachen sind einfach bewusst genutzt worden, um etwas zu schaffen. Ob das jetzt was Schlimmes ist oder was Gutes daraus bei rausgekommen ist, ist ja was anderes. Aber man hat das eben gezielt benutzt, um die Leute wohin zu führen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich stelle mir jetzt nicht Jakob Grimm vor, der sich hinsetzt und dann sich überlegt, ich will jetzt einen deutschen Nationalismus, ich will einen deutschen Nationalstaat. Ich schreibe jetzt hier über eine germanische Göttin, die es nicht gibt, damit alle das glauben und alle sich irgendwie germanisch fühlen und zusammengehörig. Sondern, also das klingt jetzt so ein bisschen so nach so einem großen Verschwörungsplan. Lass uns eine Kultur erschaffen, damit ein deutsches Reich entsteht. Aber es ist halt die Stimmung, man sucht danach. Das meine ich aber. Also man sucht eben nach Punkten, wodurch man eben eine Gemeinschaft schaffen kann. Man möchte eben Gemeinschaft und zusammen sein. Und das ist aber ja trotzdem ein Ziel. Also man hat hier schon eine Absicht. Die gucken nicht, ja wie war es denn im Mittelalter und was hat denn der Barbarossa aufgeschrieben. Sondern es ist ja schon, wir benutzen das. Ja, die haben eine Vorstellung von Barbarossa, die ihnen aus bestimmten Gründen besonders zusagt in dieser Zeit. Und sie möchten dir das so darstellen, dass du das auch so siehst. Ja, aber das ist ja nicht. Ohne, dass ich jetzt schon weiß, was dann als Konsequenz irgendwann passiert. Ja, ja, so soll es, aber genau. Also sie haben schon, sie haben eine Idee und sie möchten das so darstellen, damit ich diese gleiche Idee habe. Aber das ist ja nicht, ich weiß, nicht einfach neutral Barbarossa-Forschung, sondern das ist ja gezielt Projektion eines Barbarossa-Bildes zur Schaffung einer gemeinsamen Identität. Also das ist immer schon ein Ziel. Ich weiß nicht, ich habe doch die Kirche bezahlt, damit du heute hier reingekommst und dafür sorgst, dass es wieder mehr Kirchen eintritt. Ja, vor allem diese scheiß Kirche. Was? Bitte, was? Es geht mir nicht darum, die Kirche hochzuhalten und zu erzählen, wie toll die Kirche war, aber es geht mir einfach darum, sich klarzumachen, warum die Kirche so negativ immer gemalt wird in dieser Zeit. Es geht mir nicht um die Kirche persönlich. Mir ist das schon klar. Aber es muss noch mal, glaube ich, ausgesprochen werden. Dass das auch die Leute da draußen wissen. Du hast dir das doch aus einem bestimmten Grund heute gewünscht, dieses Thema. Ja, weil ich in der letzten Woche ein bisschen Zeit hatte und halt sehr viele YouTube-Videos zu diesen Themen geguckt habe und mir gedacht habe, so, was? Wieso kommt da immer Luther zum Schluss? Also okay, wir machen nochmal eine Luther-Folge. Und schauen uns den nochmal etwas genauer an. Da wird ein ordentliches Bashing drin stattfinden. Ich bashe niemanden, ich kritisiere nur. Ist das nicht dasselbe? Nein. Aber das war jetzt, also das war sozusagen jetzt dein Hauptpunkt, was sich an Mittelalter, genereller Mittelalterwahrnehmung heute stört, dass das Mittelalterbild reformatorisch gedisst und romantisch überformt immer noch weiter existiert. Genauso wie die Burgen im Rheinland. Willst du die abreißen oder was? Nein, wir müssen sie jetzt behalten, aber im Grunde kam, finde ich, das ist gerade eine wunderschöne Metapher dafür. Diese Ruinen, die da standen und dann im 19. Jahrhundert neu überformt wurden mit der Neugotik, wie die Leute sich das dann eben im 19. Jahrhundert ausgedacht haben. Oder wurden auch noch ergänzt durch Schlösser wie Schloss Marienburg oder Schloss Drachenburg, die einfach gebaut wurden. Die Marienburg, die gab es schon. Oder welche meinst du? Die Schloss Marienburg. Ach, von den... Nicht die Marienburg. Ja, ja, nicht die Marienburg im... Ja, ja. Nein, sondern Schloss... Was ist die Marienburg? Nein, die nicht vom Deutschen Orden, die ist in Ordnung. Nein. Die hat er repariert. Ja, es geht um Schloss Marienburg bei Hannover. Oder Schloss Drachenburg, ich glaube bei Bonn ist die... Die ist schick. Eine von... Ja. Aber die ist halt komplett erfunden. Ja, mein Gott. Ja, aber Leute gehen da hin und denken, das ist eine echte Mittelalterburg. Das ist es halt. Das stimmt. Ich glaube, das Problem ist jetzt deutlich geworden, was du heute erreichen wolltest. Ich hoffe, ihr seid ausreichend desillusioniert worden und tretet jetzt in die Kirche ein und findet die alle wieder toll. Nein, das überlassen wir euch ganz klar, wie ihr die Kirche findet und was sie predigt und ob ihr das glauben wollt und wie vom ihr seid, aber dass ihr euch vorstellt, dass das im Mittelalter eben anders war, wenn man das vielleicht nicht so gesehen hat oder sich damit auseinandergesetzt hat. Bestimmte Dinge einfach gottgegeben waren und nicht so hinterfragt wurden. Und dass wir natürlich jetzt über eine sehr spezielle Rezeptionssache gesprochen haben, die sich vor allem sozusagen auf Kritik an der spätmittelalterlichen Kirche bezogen hat. Durch eine ganz konkrete Person, die sehr wirkmächtig geworden ist im deutschsprachigen Raum. Und man dann aus anderen Gründen im 19. Jahrhundert das alles wieder aufgegriffen hat, nochmals. Und überformt hat mit einem anderen positiven Mittelalterbild, das aber gleichzeitig irgendwie gefärbt war, auch immer noch von diesen negativen Pamphleten. Und jetzt müsst ihr euch mühsam durch diese ganzen Brillen der Vergangenheit hindurch arbeiten und bis ihr irgendwie wieder eure eigene Sicht findet. Und solltet ihr anders sein als Holbikes oder ihr etwas ergänzen wollt, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben, Kommentare genauso wie Fragen oder auch Themenwünschen. Denn sonst wird es hier, das kann ich sagen, es wird es dann wahrscheinlich noch sehr oft Mittelalter geben. Aber wenn ihr das verhindern wollt, dann wünscht ihr euch einfach noch irgendein Thema, dann kann ich das hier auch gut begründen. Also schreibt uns an kontakt.at.flurfunk-geschichte.de oder hinterlasst Kommentare auf unserer Website. Das ist dann natürlich www.flurfunk-geschichte.de. Und es ist wunderbar, dass ihr heute dabei gewesen seid oder jedenfalls eingeschaltet habt, euch die Folge angehört habt. Und wir verabschieden uns dabei. Wir überlegen mir noch ein bisschen einen mittelalterlichen Gruß, aber ich bin da nicht so firm da drin. Und ich mag Burgen im Rheinland trotzdem. Und ich gucke mir auch gerne Fake-Burgen an und wieder aufgebaute Hohenzollern, Schlösser und Marienburg-Gate, die ich mir von außen gesehen habe. Von mir aus können da auch Schauspieler in Rüstung Ritterturniere abhalten. Ich möchte ja auch niemandem und schon gar nicht dir den Spaß daran nehmen. Ich möchte ja nur darauf hinweisen, dass wir da 19. Jahrhundert sehen und nicht unbedingt 12. bis 13. Jahrhundert. Das ist der einzige Punkt, den ich klar machen wollte. Okay. Ich dachte, bei mittelalter Rezeption geht es irgendwie um Festivals, Kostüme, Turniere. Mit denen lege ich mich nicht an. Ihr macht das alles ganz, ganz toll. Ich habe überhaupt gar nichts einzuwenden. Und das meinst du überhaupt nicht ironisch? Nein. Nein. Gar nicht. Also bleibt bei uns und schaltet das nächste Mal wieder ein bei Fluff und Geschichte. Und wir wünschen euch alles Gute und bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bye. Tschüss.